Durch die Verpflichtung von Dragosin, an dem ja auch der FC Bayern selbst interessiert war und ein Angebot abgegeben hat, hat Tottenham nun wieder genug Innenverteidiger in der Breite, weshalb man Eric Dier nun abgeben kann und es auch getan hat. Und an der Stelle wiederum schlägt jetzt eben der FC Bayern zu und verpflichtet Eric Dier von den Tottenham Hotspurs. Den Transfer werde ich jetzt im Folgenden analysieren und dazu müssen wir natürlich erstmal die Modalitäten klären. Ich nehme das Ganze jetzt schon vor der offiziellen Verkündung auf. Dennoch, so wie berichtet wird, zahlt man wohl weniger als 5 Millionen Euro, also wohl knapp darunter und Dier unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Zudem, sein Gehalt weiß ich jetzt nichts dazu, aber bei Tottenham hat er auch nur knapp unter 5 Millionen verdient. Ich glaube kaum, dass Bayern ihm da viel mehr geben wird angesichts seiner eher schwachen Leistungen bzw. seiner geringen Einsatzzeit zuletzt. Er hat zwar immerhin noch einen Marktwert von 12 Millionen Euro, aber wenn man bedenkt, dass ein Vertrag im kommenden Sommer ausgelaufen wäre bei Tottenham, ist das natürlich dennoch eine stolze Summe. Aber für Bayern im Verhältnis zu anderen Mannschaften ist es halt nicht allzu viel und man hat ihn halt vor allem im Hier und Jetzt gebraucht, nicht im kommenden Sommer. Da kann man dann auch andere Top-Lösungen verpflichten. Aber man hat genau jetzt Spieler gebraucht, vor allem für die Breite und genau das soll Eric Dier ja sein. Er soll jetzt keiner sein, der alle Spiele durchmacht und da wirklich auf Top-Niveau jedes Spiel abliefert. Er soll dafür da sein, einzuspringen, falls andere sich verletzen, was in dem Kader, der nicht allzu groß ist, ja gar nicht so unwahrscheinlich ist. Und vor allem muss er ihm hier und jetzt liefern können, denn bei Bayern fehlen sowohl Masraoui rechts hinten, als auch in der Innenverteidigung noch viel wichtiger ein Kim. Und die sind halt beide bei ihren jeweiligen Kontinental-Turnieren bis wahrscheinlich Mitte Februar. Vielleicht ein bisschen früher sind sie zurück. Aber bis dahin wird er auf jeden Fall sofort gebraucht. Und da finde ich es gut, dass man eher eine erfahrene Lösung nutzt, denn bei jungen Spielern, die müssten sich erst noch entwickeln, bräuchten eine gewisse Anlaufszeit. Und das sehe ich bei Dier jetzt nicht unbedingt. Er hat mit Harry Kane auch einen guten Freund in der Mannschaft. Mit dem hat er sowohl bei Tottenham wirklich sehr lange zusammengespielt, als auch bei der englischen Nationalmannschaft, bei der Dier tatsächlich noch bei der letzten WM 2022 dabei war, was mich ein bisschen gewundert hat. Aber zu seinen aktuellen Leistungen kommen wir gleich noch zu sprechen. Also Dier hat ja auch schon Erfahrung im Ausland, wurde schließlich in Portugal bei Sporting ausgebildet, in der Jugend, die ja jetzt auch an ihm interessiert waren für den kommenden Sommer. Nun ist ihnen aber der FC Bayern zuvor gekommen, die eben ein Backup gesucht haben für die Positionen in der Innenverteidigung auf der 6 und rechts hinten. Und das sind auf jeden Fall Positionen, die Dier allesamt schon gespielt hat und auch ausüben kann. Wobei ich da sagen würde, zentral sehe ich ihn sowohl auf der 6 als auch in der Innenverteidigung. Aber rechts hinten hat er mir dann doch ein bisschen zu wenig Tempo. Da würde ich dann lieber, falls rechts hinten einer fehlt, was ja derzeit immer noch der Fall ist, solange Masraoui weg ist, einen Leimer rechts hinten spielen lassen. Und dafür Dier auf der 6. Aber das mal so viel zu den Positionen. Stellt sich natürlich noch die Frage, inwiefern er sportlich vom Niveau als auch von seinem Profil reinpasst. Und da muss man natürlich sagen, er ist nicht mehr der, der er mal war. Das sieht man alleine, wenn man auf seinen Marktwert schaut. Der war in seinen Höchstzeiten bei 40 Millionen Euro, jetzt nur noch bei 12. Und dementsprechend haben seine Leistungen schon auch recht stark nachgelassen. Zuletzt war er auch relativ außen vor unter Neutrainer Poste Koglu bei den Spurs. Nichtsdestotrotz kann er, wie ich finde, eine gute Rolle als Kaderspieler einnehmen. Wird jetzt demnächst 30, hat dennoch, wie ich finde, Führungsqualitäten, die er auch direkt in der neuen Mannschaft, auch wenn es der FC Bayern ist, einbringen kann. Und vom Spielerischen muss man sagen, er ist halt ein guter Spieler gegen den Ball. Also da hat er eigentlich keine großen Schwächen, verteidigt eigentlich das meiste weg, was auf ihn zukommt. Ist er natürlich auch ein relativ füßestarker Spieler, wenngleich er nicht allzu athletisch ist, wie schon vorhin angesprochen. Also vor allem, was den Antritt angeht, ist er jetzt wirklich einer, der lange braucht, auf sein Höchsttempo zu kommen. Das ist wiederum in Ordnung, jetzt natürlich auch nicht allzu schnell. Also da hat man auf jeden Fall keinen Sprinter hinten drin, der alles durch sein Tempo wieder rausholen kann. Das sollte man aber auf jeden Fall auch nicht von ihm erwarten. Was noch auffällt und vor allem bei Bayern-Spielern extrem wichtig ist, ist noch das Spiel mit dem Ball. Und da sieht es auf den ersten Blick jetzt nicht allzu gut aus, was das progressive Passspiel angeht. Also, dass er mit seinen Pässen das Spiel nicht wirklich nach vorne treibt. Auch nicht wirklich mit balltreibenden Läufen, das ist halt grundsätzlich nicht sein Spiel. Was aber das progressive Passspiel angeht, da ist es natürlich der aktuelle Stand. Was er in den letzten 365 Tagen geleistet hat, also ich will hier auch immer die aktuelle Situation, was er gerade zu leisten im Stande ist, abbilden. Und deshalb eben eine aktuelle Statistik. Aber man muss die Statistiken auch immer in Relation setzen. Und da ist zum einen, dass er unter Poste Koklu, wo ein progressives Passspiel gefragt ist, kaum gespielt hat. Und zuvor halt mit Conte einen Trainer hatte, der eher das Spiel mit dem Ball verweigert hat und nur auf Conte gesetzt hat und tiefes Verteidigen. Deshalb ist es einerseits damit zu erklären, auch wenn man dann in den Jahren weiter zurückgeht, ist es zunächst weiterhin noch so schwach. Weil er da auch Trainer hatte wie Mourinho, wie Espirito Santo, die jetzt eher einen passiveren Ansatz haben, was das Spiel mit dem Ball angeht. Aber weitere Jahre zurück in die Zeit, als noch Pochettino der Spurs-Trainer war und wo man noch deutlich attraktiveren Fußball spielen lassen hat, sieht man, dass er durchaus ein brauchbarer Passspieler ist. Auch was progressive Passspiel angeht. Vor allem ist er jetzt auch noch deutlich erfahrener. Klar hat er die Rolle so jetzt länger nicht mehr gespielt, aber das Passspiel ist jetzt eigentlich nichts, was man verlernen sollte. Und mit seiner Erfahrung kann er sich da auf jeden Fall einbringen. Zudem muss man noch, was das Alter betrifft, sagen. Ja, er ist jetzt dann 30, aber wie gesagt nicht so vom Tempo abhängig. Er ist ohnehin nicht der Schnellste. Deshalb kann man schon auch auf das ein oder andere Jahr noch auf ihn setzen. Wie gesagt, Vertrag bis 2025 erst mal. Und dann muss man halt mal schauen, inwiefern er Leistung zeigen wird. Man hat natürlich als Vergleichswert auch so ein bisschen die Verpflichtung von Daily Blind im letzten Winter. Da habe ich auch gesagt, das ist eine gute Verpflichtung. Ging da natürlich nicht ganz so gut auf. Wenn er gespielt hat, war er scheiße. Aber viel gespielt hat er an sich nicht. Jetzt ist er bei Girona wieder krass. Was da ja angeht, würde ich sagen, sehe ich ihn auf der Position sogar fast eher auf der 6. Also wirklich so als eine Holding Six, wie es sich Tuchel immer gewünscht hat. Auch wenn er nicht ganz auf dem Niveau ist. Aber der wird auf jeden Fall nicht mit nach vorne rennen und dann schon eher absichernd agieren. Aber man muss halt immer auch schauen, wo Bedarf besteht. Hinten in der Innenverteidigung ist da aktuell mehr Bedarf. Auf der 6 hast du mittlerweile auch einen Pavlovic, der es wirklich gut macht. Von daher würde ich jetzt keine Garantie geben, dass es wirklich ein guter Transfer ist. Auf jeden Fall verstärkt er die Mannschaft in der Breite. Das war jetzt auf jeden Fall vonnöten. Und alles Weitere sehen wir dann in der Zukunft. Seht ihr es ähnlich wie ich oder seid ihr jetzt wirklich sehr kritisch dem Transfer gegenüber? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Haut rein und ciao.